Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 13. September unter dem Motto Handwerk, Technik, Industrie wird von der Kreisvolkshochschule eine Exkursion angeboten. Station wird unter anderem an der Windmühle in Altkahlen gemacht. Aber auch das Gut Bobin, das Gut Nustrow und Tessin stehen auf dem Ausflugsprogramm. Eine Anmeldung hierzu ist erforderlich. Wunderbar, es ist ja so. Unter diesem Thema wird Comedian und Zauberer Ingo Oschmann im Güstrower Theater auftreten. Die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld sorgt mit Stand-up-Comedy, Zauberkunst und Improvisation für einen Abend der Spitzenklasse. Karten gibt es an der Theaterkasse. Leopold Höglinger und Markus Rockwitsch laden zum Wallenstein-Hoffest ein. Dann gibt es nicht nur Livemusik, sondern auch Operettenklänge und so manches Besondere für die kleinen Besucher. Figurentheater, Zauberei und viel Komik werden versprochen. Karten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus im Hof, in der Güstrow-Information sowie im Hagebaumarkt. Aber natürlich auch an der Abendkasse. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.